Alter, die ist nachher im Arsch. Was ist denn, ja? Die hat doch schon nix Wasser im Luftfilter. Was? Die hat 100% nicht schon Wasser im Luftfilter. Ja. 10.000? 10.000, ja? Was ist denn, ja? Boah, sitzt du hier tief. Ja. Da sitzt du höher. Jetzt schon, ja. Du fährst auch was höher, ne? Weil die gerade schräg stand. Was hast du? Weil die gerade schräg stand. Ah, okay. Äh, welchen Gang hast du denn drin? Was denn? Welchen Gang hast du drin? Äh, L-Gang. Ganz oben, ganz oben ist L-Gang. Ha, ist doch viel besser, oder nicht? Na ja, kennst du ja selber, wenn du das raus kannst du gut schalten. Ja, fang mal, ha. Weheab? Äh. Maandra? Da. Ja,ích. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Mauke Mauke Sie fährt sich ein bisschen weicher Ja Sinnlose Rattenzerstörung Sinnlose Rattenzerstörung Alter, die ist nachher im Arsch Die hat doch schon nix Wasser im Luftfilter Die hat 100%ig schon Wasser im Luftfilter 100%ig Guck mal, da kommt Wasser aus dem Auspuff Achtenzerstörung Am besten einmal hochstellen Ich glaube, das machen die jetzt auch Ja Mir egal, fahrt vor Oh Alter Oh 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 Warum seid ihr eben an uns vorbeigefahren? Hey, warum seid ihr eben an uns vorbeigefahren? Wo wart ihr denn? Ja hier Ihr seid Vollspeed an uns vorbei und wart weg Und der hat gerade seine Ratten versenkt Gott sei Dank